Schützen Sie sich und andere und beenden wir die Pandemie durch die Impfung. Das ist alles von irgendwelchen mir unbekannten Marketingagenturen. Das ist dann von Politikern und Medien bis zum Erbrechen wiedergekaut worden. Aber es hatte überhaupt keine wissenschaftliche Basis. Wenn ich gesagt habe, das wird keine Virenausbreitung verhindern, hieß es sofort, ein Querdenker. Aber auch hier war das RKI völlig auf derselben Linie wie diejenigen, die Lockdowns und Impfzwang kritisiert haben.